Hallo liebe Freunde des Golfsports, mein Name ist Frank Trollinger, ich bin Golf-Methoden-Entwickler der Core Balance Free Release Methode. Das ist nach über 1000 Jahren eine neue Methode, da sie erstmals andere Kernprinzipien verwendet. Und der kleinste Nenner dieser Kernprinzipien ist unsere Methode, ist mehrfach wissenschaftlich als gesund bewertet worden, da sie keine Sharekräfte hat. Also eine Kombination zwischen gesund und super High-End Performance, weil keine Sharekräfte, also ich habe ja oft gefragt, was sind Sharekräfte, sind gegeneinander arbeitende Kraftvektoren, die sich in ihrer Energie subtrahieren. Also ein bremsender Faktor. So, ja, ich habe ja gesagt, ich mache ein bisschen mehr auf Performance jetzt und fangen wir mal da unten an bei der Standbreite im Setup. Also wenn ein Schüler zu uns kommt, muss er immer eine Ist-Aufnahme machen, da weiß er noch nicht viel. Und dann frage ich, wie breit stehst du und zeig mir das bitte. Und dann sagt er, ja, so und so und so. Und dann sage ich immer, warum? Warum willst du so in dieser Form stehen? Ja, das weiß er auch nicht. Also, Pi mal Daumen, das ist so, wenn ich irgendwas mache und ich weiß nicht warum, wieso, wieso. Und das ist ein Megaproblem oder oftmals auch Setup einnehmen. Da gibt es ein Buch, das meistverkaufte Sportbuch überhaupt von Ben Hogan. Und der sagt zum Setup, steh bequem. Also, ich habe eine Milliarde Positionen, wie ich bequem stehen kann oder könnte. Und deswegen ist das keine funktionale Anweisung. Oder lass die Arme hängen. Also, wie ist dein Becken-Oberkörper-Winkel? Ja, also, alles diese Faktoren sind dort sehr wischi-waschi. Oder man sagt auch Pi mal Daumen, also ganz, ganz, ganz grob. Dabei ist Golf ein Präzisionssport und ein Zielsport. Und warum Präzision? Weil wir keine große Toleranz am Schlägerblatt haben. Also, wenn man im Prinzip im Bereich hundertprozentiger Qualität, also so nach einem Six Sigma-Prinzip unterwegs ist, wie wir, dann hat man eigentlich gar keine Toleranz auf dem Schlägerblatt. Und nur ein Ball-Impact, der im rechten Winkel getroffen wird, ist eigentlich fehlerfrei. Also, ich mag auch, einer hat mal, ein Schüler von mir hat mich mal gefragt, ja, wann darf er denn shapen? Ja, und da sage ich, wenn du hundert Bälle hintereinander im Null-Grad-Winkel triffst, dann beginnen wir mit shapen. Aber wir machen nicht jetzt, also Kurven spielen, Draw oder Fade, wir machen das nicht, bevor du nicht wiederholbar hundertprozentige Qualität umsetzen kannst. Ja, also von der Seite spannend. Und jetzt einfach mal schauen, die alte Methode ist ja unstrukturiert. Das heißt also, sie hat keinen 3D-Bewegungsplan. Ich erinnere mich noch genau, als wir mal einen Präsidenten eines Verbands unter Vertrag genommen haben, der hat also monatlich Geld von uns bekommen, hat er immer noch auf seiner Webpage geschrieben, er unterrichtet nicht nach einer Methode, also keinerlei Struktur. Also ohne Methode ist gar keine Struktur. Dabei wusste er damals nicht, dass man Methoden, dass alles, was wir performen, eine Methode ist. Also ich kann es zuordnen, unsere Golf Medical Coaches, Golf Physio Coaches, die wir ausbilden, die können das auch zuordnen. Die können also Biomechanik, also Schwungbewegungen, zu Kernprinzipien oder nach Kernprinzipien unterscheiden. Und da gibt es halt weltweit, wenn man es auf den kleinsten gemeinsamen Nenner herunterbricht, nur zwei Methoden. Imbalance, die ist ungefähr 1000 Jahre alt, die Imbalance-Methode. Und ich sage ja vorher, jetzt kommt die Core Balance Free Release Methode, die hebt 10.000 Jahre. Das werden wir nicht mehr erleben. Also diese 10.000 Jahre werden wir nicht mehr erleben. Ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass Leistungsgolfer, die sieben Tage in der Woche trainieren, manche, dass die eigentlich uns finden, weil die suchen ja irgendwie und sind mit ihren Trainern auch sehr rasch unzufrieden. Ich glaube, Tiger hat fünf Trainer ausgetauscht, weil einfach sie entweder starke Verletzungen erleiden, Tiger-Elf-Operationen, ein Beinbruch, eine Wirbelfusion, ein Kreuzbandriss. Und das weiß die Bevölkerung, das wissen die Golfer. Oder sie sind mit ihrer Performance unzufrieden. Also es ist gerade jüngst wieder, Rory McIlroy hat gesagt, ein schreckliches Wochenende in einem meiner Lieblingsgolfplätze Bay Hills in Orlando. Sensationell dort, die Anlage. Also begeistert mich. Also die sind unzufrieden. Und wenn jemand unzufrieden ist, dann sucht er. Also ob er jetzt mich findet, das weiß ich nicht. Aber die Chancen sind gar nicht so schlecht, weil jemand, der sucht, der ist hoch motiviert, Lösungen zu finden. Und ich bin davon überzeugt, dass Core Balance Release die Kernlösung ist. Ja, jetzt zurück zum Stand. Also viele kommen dann und sagen, ja, wir stehen so und so breit. Oder manche kommen und sagen, ja, mein Trainer, das war für mich jetzt auch neu, hat gesagt, ich soll eine Antizipation machen, das Becken schon mal vordrehen. Ja, und lauter so Zeugs kommt da. Dann sage ich, warum hat er, dass ich das Becken besser drehen kann? Dann sage ich, also du kannst doch dein Becken drehen. Das machen wir ein paar Übungen. Und dann drehst du dein Becken. Du musst nur wissen, in welche Richtung, wie weit, wie schnell und in welcher Reihenfolge du dein Becken drehen musst. Ja, das leuchtet ihm ein. Also zu uns kommen sehr, sehr intelligente Leute. Auch er wiederum war Pädagoge einer Schule. Viele sagen ja, Pädagogen sind schwierige Kunden. Ich mag Leute, die fragen, warum. Also bei mir gibt es solche, für mich gibt es keine schwierigen Kunden, weil wir ja Lösungen haben, die physikalisch, meiner Ansicht nach, high-end sind und mehrfach wissenschaftlich belegt als gesund. Also sind wir mal ganz ehrlich, das ist high-end, weil wenn es etwas gesund ist, in Golf-Biomechanik, dann habe ich auch keine Schärkräfte, weil wenn Schärkräfte vorhanden wären, dann kann ich nicht sagen, die sind gesund. Also jetzt zur Standbreite. Wir stehen so breit, also erstens mal auch die Füße parallel, dann haben wir eine vertikale und horizontale Ausrichtung der realen Balance und dann stehen wir so breit und das ist eine individuelle Koordinate bei uns, eine dynamische Koordinate, eine Power-Koordinate. Wir stehen so breit, dass wir bei einem Drehabstoß, das ist auch ein neuer Begriff, den ich mit ins Golf eingebracht habe, das Becken so beschleunigen können, dass zum Ballimpact Becken, Knie, Schulterachse synchron sind, dass da kein X-Faktor vorhanden ist an dem Zeitpunkt und dass, wenn wir dann den Ball getroffen haben und das Becken weiter drehen, dass dann das Becken die Chance hat, mindestens parallel zum Zielhorizont zu sein. Und die Schulter kann da ein bisschen weiter drehen, das ist nicht mehr so schlimm, weil dort ist das Tempo gering, also fast bei Null, weil der Schwung ist ja dort fast zu Ende. Also von der Thematik her wissen wir ganz genau, was wir tun und das muss man individuell einstellen. Das ist bei uns eine Variable, weil jeder unterschiedliche Beinlänge hat. Also die Standbreite hängt bei uns von der Beinlänge zusammen. Dann kommen viele und sagen, ja, unser Trainer hat gesagt, wir sollen so Charlie Chaplin-mäßig dastehen und dann sage ich, dadurch verlängerst du deinen Rückschwungweg und du kannst gar nicht dein Becken so gut rotieren im Rückschwung und ich brauche eine 45 Grad Beckenrotation im Rückschwung, damit ich die Schulter auch 90 Grad rotieren kann und immer noch im Balance bin. Ja, also es nützt mir nichts, wenn ich irgendwas erzwinge und nicht im Balance bin. Also Standbreite ist ein unheimlicher Performance-Vorteil, nicht nur für die Power, aber wir haben ja auch mehr Power bei Core Balance Free Release, weil wir keine Schärkräfte haben, sondern auch für die Präzision, für Wiederholbarkeit, fürs Timing ist extrem, extrem, extrem wichtig. Deswegen ist die Standbreite im Setup ein absolut wichtiger Performance-Bringer oder Killer. und von der Seite aus ist es gut, wenn man weiß, was man tut, dann ist man auch souverän und wenn ich dann auch weiß, warum ich so stehen muss, was der Sinn und was die Funktion ist, dann habe ich auch eine mentale Sicherheit. Also das ist auch ein ganz großer Faktor, der vollkommen im Golf unterschätzt wird, denn diese mentale Unsicherheit, diese hohe Fehlerquote, die versucht man dann, lebe mit deinen Fehlern, habe ich letztlich gelesen. Also was für ein Blödsinn. Ja, also da entschuldigt sich der ungebildete Golflehrer, der nicht auf Core Balance Free Release ausgebildet ist, dann ist er ungebildet nach meiner Definition, der wiederum entschuldigt seine eigene Unfähigkeit durch solche Anweisungen. Das mag ich nicht so. Also von der Thematik her, bei uns ist auch ein bisschen Athletiktraining dabei. Wir definieren die wichtigsten Muskeln. Bei uns ist auch Grundlagenausdauertraining extrem wichtig für die neurokognitive Leistungsfähigkeit. Und da genügt es nicht, wenn ich einen Professor engagiere, der sich mit Neurokognition und mit Biomechanik beschäftigt, sondern da muss auch Lösung dabei sein. Ja, also das ohne Lösung ist das nicht funktional. Also von der Seite, die Standbreite ist eine super Performance, dynamische Koordinate, die individuell ist, aber bei uns ganz klar definiert mit Funktion ausgelegt und deswegen gefällt uns das so. In dem Sinne, an diesem wunderschönen Dienstag im März wünsche ich euch alles erdenklich Gute. Denkt darüber nach, wie eure Standbreite ist und lasst euch bitte nicht auf pauschale Koordinaten ein, sondern auf Funktionskoordinaten, die auch einen Zweck haben. Macht nie. Also ich bin wirklich ein fleißiger Mensch. Ich stehe, also heute Morgen war ich hier um halb sechs gesessen. Ich bin ein Frühaufsteher, militanter Frühaufsteher, weil ich diese Ruhe am Morgen genieße, aber ich wäre viel zu faul. Also ich bin wirklich fleißig, aber ich wäre viel zu faul und es widersteht mir, Dinge zu machen, die, sei es mal, sinnfrei sind oder die gemacht werden, damit sie gemacht sind. Das ist für mich was Schreckliches. Also es muss hinter allem ein Sinn dahinter stehen und ich habe jetzt wiederum gelesen, ja, denk nichts beim Golf. Ja, okay, ist natürlich auch wieder eine Entschuldigung für diese alte Systematik, die tausend Jahre, vor tausend Jahren hat man, glaube ich, noch gar kein Hirn gehabt, ich weiß es nicht. Aber wenn ich kein 3D-Bewegungsnavigationssystem der Schwungbewegung habe, an was soll ich denn dann denken? Also das ist schon ein bisschen, wie soll ich sagen, frech zu sagen, denk an nichts, wenn ich an gar nichts denken kann. Bei uns wird das 3D-Navigationssystem nach Techniken vom Ebersbecher ins Hirn programmiert und das trainieren wir motorisch. Also wir leben das. Das ist begeisternd. Auch dieser Pädagoge, der jetzt da war, und wir haben jetzt in letzter Zeit ordentlich Pädagogen, auch Lehrer, auch vom Gymnasium und er war Rektor sogar, glaube ich. Also die können schon am ersten Tag abends den Bewegungsablauf, ich sage es mal, singen. Also den kann man, weil er klar definiert ist, wir haben dazu eine schriftliche Bewegungsanweisung und die kommen nach drei Jahren oder der eine kam nach 40 Jahren Golfunterricht und wissen nicht, was, wann, wohin, wie weit, wie schnell sie sich bewegen müssen. Wenn ich das nicht weiß, dann entstehen sogenannte Nonsensbewegungen, Chaos, dann entstehen Kraftvektoren in alle Richtungen, Jumpen, also hochspringen, das ist also der neunte Imbalancefaktor vollkommener Quatsch, was da alles passiert und wir haben da ganz solide, konstant und die Leute danken das, weil die was greifen wollen. Also die brauchen eine rote Linie, an der sie sich festhalten können und wir haben ja jetzt fast 2000 schriftliche Erhebungen gemacht, die Leute wissen überhaupt nicht, was sie tun sollen und dann entstehen natürlich Versagensängste, Frosch, Depressionen. Wir zu uns kommen als Schüler, da kommen dann die Eltern zu uns und sagen, mein Kind zittert an der T-Box und hat Depressionen. Sie sind bei uns innerhalb von ein paar Stunden weg, weil das Kind, also meistens sind es auch hochintelligente Leute, die kriegen jetzt eine Struktur, etwas an, das sie sich festhalten sollen und das begeistert uns. In dem Sinne, einen wunderschönen Tag, heute ist noch frisch draußen, aber es ist immer Zeit, um über Golf zu reden und wir sind davon begeistert. Ich grüße euch auf das herzlichste. Standbreite, super Performance-Indikator, bei uns eine klare Struktur und mit Sinn hinterlegt. Core Balance Free Release. below. Gesehen.